Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo online geshoppt habt, dann steht da meistens immer so ein kleines Ausschnitt mit Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Heute werden wir uns tief in die Welt der On-Chain-Daten bewegen. Es geht um vier Millionäre. Es geht im Speziellen um Pepe-Millionäre. Wir haben das gleiche mit BitTensor Tau-Millionären gemacht, haben richtig gute Insights bekommen. Wir haben das gleiche mit Casper-Millionären gemacht, da haben wir ebenfalls gute Insights bekommen und das gleiche machen wir mit den Pepe-Millionären. Und ich würde mal eine Sache sagen, die Meme-Coin-Millionäre investieren auch in die und die und die Branche und auch in die und die und die Coins. Und das wird wieder eine richtig gute Folge werden mit so vielen Erkenntnissen für dich, für mich. Und ich würde mal sagen, wir steigen direkt hier in diese Materie ein. Wichtig an dieser Stelle, wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere gerne rein. Würde mich wie immer supporten, wie immer freuen. Ich mache hier ganz unterschiedliche Arten von Content, viel Blockchain, viel solventes Kryptowissen, aber auch so ein bisschen mehr so diese Smart-Money-Richtung, On-Chain-Daten, Meme-Coins. Das fasziniert mich ebenfalls. Deswegen join rein und schau dir unbedingt dieses Video hier an. Eines der wichtigsten Videos hier auf meinem Kanal. Irgendwie war dann doch der Algorithmus nicht so gut auf mich zu sprechen. Deswegen hier nochmal der Aufruf, auch dieses Video anzuschauen, weil da geht es um die Altcoin-Markt, um den Punkt, worauf wir als Investoren achten sollten und was für uns auch wichtig ist. Genug geschnackt direkt, Pepe. Ich denke, das ist so das beste Beispiel, wenn wir auf den Kryptomarkt schauen, dass Unerfahrenheit tatsächlich auch zur Million beigetragen hat. Ich meine, ihr kennt die Geschichten, wo Leute versehentlich 10 Dollar investiert haben oder überhaupt nur 10 Dollar und daraus eine Million geworden ist und so weiter. Und das ist eines der besten Erfolgsgeschichten auch in der Welt von den On-Chain-Daten, also in dieser ganzen Smart-Money-Wald, hat Pepe ein sehr, sehr großes Echo hingelegt. Und wenn wir über Pepe-Millionäre sprechen, dann darf natürlich ein Harald nicht fehlen. Harald ist meine Lieblings-Wallet. Wir haben lange über Harald nicht mehr gesprochen. Harald war die allererste Wallet, die ich beobachtet habe. Er war sogar der, ich glaube, der zweite oder der dritte Käufer, wenn wir auf Pepe zu sprechen kommen. Und all das, was Harald angefasst hat, hat immer wieder eine kleine Art Wahrheit in sich getragen. Ich möchte euch das Beispiel anhand von Mockcoin mal zeigen. Mockcoin ist gerade jetzt so krass im Hype, aber wisst ihr was? Harald, der wusste das schon vorher. Letzten Jahres hat er das erstmalig am 28. Juli in Mockcoin investiert und seitdem hat Mockcoin eine perfekte Performance hingelegt. Das gleiche auch mit SPX. SPX ist jetzt, zur jetzigen Zeit, auch sehr, sehr krass im Hype. Aber unser Harald, nee, nee, der hat schon viel früher da investiert. Schaut euch mal das hier an. Letztes Jahr im August investiert und seitdem hat er mehr als eine halbe Million mit SPX gemacht. Und er hat noch einige Coolen im Lauf. Ob es jetzt RealSmithCat ist, ob es jetzt BananaCat ist, die gehen so langsam aber sicher auf. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie letztlich auch soweit aufgehen. Liebe Investoren, die nächste Wallet, die hat es verdammt nochmal in Sicht. Also diese Dimensionen, in der wir uns aktuell befinden, die sind schon sehr, sehr stark. Schauen wir uns mal die nächste Wallet an. Es geht insgesamt um 1,6 Milliarden US-Dollar. Es ist wirklich eine schwindelerregende Höhe und es ist auch keine Börsen-Wallet. Normalerweise, ich habe mir das nochmal angeschaut, würde hier Founded by Binance stehen, Founded by Crypto.com, Revolut und so weiter stehen, steht es nicht. Also es handelt sich hierbei um eine tatsächliche Wallet, um einen Trader, der einfach nur ein glückliches, gutes Händchen hat und der natürlich mit solchen Summen auch arbeitet. Insgesamt, wenn ich mir sein Portfolio anschaue, geht es hier um, oh Gott, bei Stablecoins, USDT, alleine mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar. In Pepe 188 Millionen US-Dollar. Alleine, wenn Pepe einen prozentualen Wachstum von 0,07% hinlegt, sind es einfach 126.000 Dollar an Profit, die einfach so in der Wallet als Profit ersichtlich sind. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich habe mir hier seine einzelnen Verteilungen, seine Tokens und Coins soweit angeschaut und muss feststellen, mit Undo Finance, ReWorld Assets, ich denke, da haben wir etwas, was sehr, sehr interessant ist. Ich denke, für uns ist mittlerweile klar, dass ReWorld Assets eines der spannendsten Narrative ist, wenn wir uns hier in dieser Narrativenwelt bewegen. Und mit 100 Millionen Dollar zeigt es natürlich auch nochmal, dass genau dieser Milliardär auch Interesse und auch sein Vertrauen gegenüber Undo Finance nochmal zeigt, in dem er natürlich auch so eine hohe Position investiert hat. Und wirklich bemerkenswert ist jetzt hier Brett auf der Base-Blockchain mit insgesamt 29 Millionen US-Dollar. Schon eine starke Sache. Man muss eine Sache dazu sagen und zwar gibt es immer wieder jeweils auf einer Blockchain immer einen OG-Meme-Coin. Auf der Avalanche-Blockchain ist es nämlich Korg Inu. Auf Solana ist es wer? Ist es natürlich Bonk. Bei Ethereum reden wir hier über Shiba Inu und auch Pepe. Also mittlerweile hat es sich noch nicht herauskristallisiert, welche Meme-Coin auf der Base-Blockchain dieser OG-Meme-Coin-Charakter verleihen soll. Es gibt sehr, sehr viele Kandidaten dafür. Mittlerweile mit Bretts haben wir auch hier einen Meme-Coin mit einer starken Marktkapitalisierung. Und das zeigt natürlich nochmal, dass auch unser Milliardär hier Brett vertraut. Deswegen sollten wir auch darüber nachdenken, ob es womöglich auch eine gute Investmententscheidung sein kann oder nicht. Wenn ich mir das Verhalten anschaue, by the way, ich nutze hier die Website Zerion.io. Ich kann es nicht mehr lesen, dass so viele Leute in den Kommentaren immer danach fragen, welche Website ich hier nutze. Und hier sehen wir auch seinen einzigen Trade letzten Jahres, sein einziger und letzter Trade. Wenn wir jetzt auf Receive gehen, dann werden wir alle Coins sehen, weil das hier ist nämlich ein Profi. Wir arbeiten Profis. Profis haben immer mehrere Wallets. Das sehen wir hier. Ob es jetzt Bybit ist, ob es jetzt hier verschiedene Side-Wallets ist. Aber diese Millionäre, Milliardäre schicken ihre Assets immer auf eine spezielle HODL-Wallet. Und das ist die HODL-Wallet. Also diese Wallet wird dafür genutzt, um vertrauenswürdige Projekte einfach nur zu HODL. Weil es wäre dumm, wenn du mit dieser Wallet auch arbeiten würdest, weil du hast einfach ein sehr, sehr hohes Risiko. Stellt euch mal vor, er klickt auf einen falschen Link, signiert einen Permit über Uniswap und gibt dazu nochmal sein Approval, hat die Transaktion signiert und auf einmal sind eine halbe Milliarde weg. Der Schaden wäre immens. Deswegen arbeiten solche Profis niemals mit seiner HODL-Wallet. Denn sie führen auch keine Transaktionen oder interagieren mit anderen Debs oder Protokollen aus dieser HODL-Wallet heraus. Sie haben immer viele verschiedene kleinere Wallets. Wirklich interessant. Lass uns auf eine weitere Wallet zu sprechen kommen. Insgesamt 72 Millionen US-Dollar. Wirklich interessant ist auch hier, wenn ich mir die einzelnen Coins anschaue. Was fällt uns auf? Uns fällt Brett auf. Auf Meme-Coin auf der Base-Blockchain im Hinterkopf behalten. So, wenn wir uns das anschauen. Ich denke, Ethereum ist klar. 25 Millionen USDC vorbildlich mit 14 Millionen. Natürlich musst du auch immer wieder was zur Seite haben, um auch günstig einzukaufen. Hat dieser Millionär insgesamt in Brett investiert? Seine höchste Position, wenn wir auf die jetzigen Crypto-Assets schauen, mal USDC und Ethereum weggedacht, ist es 12 Millionen US-Dollar in Brett. Also das zeigt nochmal, dass wir womöglich unsere Augen auch auf Brett richten sollten. Mit Degen, mit der Degen-Chain. Das ist auch interessant, wenn ich mir die einzelnen Verteilungen anschaue. Viel, viel auf der Base-Blockchain, liebe Leute. Seht ihr das? Das hier ist alles jetzt nicht so relevant. Aber Everyworld, Momo AI, Planet Mojo, ihr seht es hier. Mockcoin sogar auf Base, wusste ich gar nicht, dass es auf der Base-Blockchain auch Mockcoin gibt. Also sicherlich als Bridge-Variante natürlich, der denselben Preis widerspiegelt. Also dieser Kandidat ist mit 72 Millionen US-Dollar dabei, aber nur auf der Base-Blockchain. Das heißt, wir haben es hier mit einem Whale zu tun, der überwiegend auf der Base-Blockchain sein Vertrauen äußert, indem er oder sie auch in Brett, Degen oder auch Layer Zero und so weiter investiert. Spannend, spannend. Auch das zeigt uns nochmal, in welche Richtung wir als Investoren denken sollten, weil einfach diese Whales einfach den Thron angeben. Und da kann mir wirklich keiner erzählen, dass kein Mensch diese Wallets beobachtet. Durch diese ganze Blockchain-Technologie haben wir einfach eine ganz neue Möglichkeit. Wir können neue Spielzüge machen. Wir können einfach neue Strategien entwickeln, weil keiner, wirklich keiner kann mir erzählen, dass kein Mensch auf dieser Welt nicht auf diese Wallets achtet. Weil durch diese ganzen On-Chain-Welt ergeben sich einfach ganz neue Möglichkeiten für uns als Investoren. Deswegen ist es umso wichtiger zu schauen, was eigentlich die Großen der Großen eigentlich machen, damit wir das Verhalten kopieren können. Denn kollektiv sind wir immer stärker, wenn wir den Whales hinterher schwimmen. Weil einfach wir sind diese kleinen Fische, die sich an diese Whales rantasten und einfach mit den Whales schwimmen, weil die geben oftmals an, wohin das Geld hinfließen soll. Und weil alle ja auf eine Person, wie zum Beispiel diese 1,6 Milliarden Dollar Wallet schauen, ist es umso wahrscheinlicher, dass wir auch Profite einfallen. Weil stell dich mal vor, wir haben einen riesen Cluster, also wir alle zusammen. Wir beobachten diese eine Wallet und diese eine Wallet investiert in einen Coin. Alle gehen da mit rauf. Dann ist einfach die Möglichkeit viel, viel besser, dass diese Coins einfach viel mehr Potenziale entfalten können. Ob es jetzt Hype ist, ob es jetzt Berichterstattungen ist oder generell preislich aber auch, dass wir da eine preisliche Performance sehen, als wenn wir alle Einzelgänger sind und einzeln irgendwelche Kryptoprojekte raussuchen. Und versteht ihr, wie und was ich da meine? Weil es ist so wichtig, diesen Gedanken zu haben. Und das war für mich dann auch der Moment, wo ich selber diesen Aha-Effekt auch hatte. So kommen wir auf die nächste Wallet zu sprechen. Insgesamt 268 Millionen US-Dollar. Wirklich interessant. Auch nochmal, wenn ich mir die Coin-Verteilungen anschaue, sehen wir, dass sehr, sehr viele Pepe-Millionäre auch in andere Meme-Coins mit investieren. Aber wirklich spannend, auch hier und da mal ein paar Crypto-Assets auswählen, die auch im Bereich KI mit angesiedelt sind. Und zwar hier darunter Fetch.ai mit insgesamt 21 Millionen US-Dollar. Da wird nämlich nochmal klar und deutlich, dass wir nämlich als Investoren auch nochmal drauf achten sollten. Also Fetch.ai sollte bei uns auf dem Tacho stehen. Auch darunter Brett auf der Base-Blockchain. Interessant, sich das mal anzuschauen, weil da auch die Pepe-Millionäre investiert sind. Und wie gesagt, wir haben dadurch einfach ganz neue Spielzüge, die wir durch diese Möglichkeit der Blockchain-Technologie auch entwickeln und verfeinern können. Und genau das mache ich jeden Tag. Und wie immer, joine auch gerne in meine Telegram-Gruppe, wenn du Bock hast. Wenn nicht, dann gib einen Daumen nach oben, supportet den Algorithmus und wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.